Hohohoho, Merry Christmas! Twinkly ist quasi ein Beleuchtungsmittel für euer Tannenbaum daheim und dementsprechend habe ich hier zweimal zwei verschiedene Twinkly-Variationen. Einmal eine 210er, ist ein bisschen kleiner für einen kleinen Tannenbaum und einmal den 400er. Den können zwei von euch gewinnen. Einfach in die Kommentare euren Instagram-Namen schreiben. Mehr braucht ihr für dieses Gewinnspiel nicht ganz einfach, dann nehmt ihr schon an diesem Gewinnspiel teil. Und ich werde euch in einer Instagram-Story dann verlinken, wer von euch diese Twinkly-Lichterketten gewonnen hat. Sehr, sehr nice Dinger, sehr coole Effekte. Können wir alles mit dem Smartphone einstellen. Gefällt mir sehr, sehr gut. Alexa-Ready und Google Assistant-Ready. Richtig nice Beleuchtung für euer Tannenbaum. Machen wir weiter mit einem Razer-Headset und zwar einmal hier das Nari-Headset von Razer. Das kann auch wieder einer von euch gewinnen und auch hier logischerweise einfach nur euren Instagram-Namen in die Kommentare schreiben und dann gewinnt einer von euch das Razer-Nari-Headset. Auch ein richtig nice Headset. Könnt ihr für den PC nutzen, könnt ihr für die Playstation nutzen, könnt ihr für die Xbox nutzen. Für alles, was ihr so wollt. Dann habe ich hier noch ein Paket und zwar ein bisschen schwerer, das mir Razer auch noch mitgeschickt hat und zwar Nanoleafs, Freunde. Mega, mega Paket. 15 Panels sind drin. Das ist das große Paket quasi. Das größte, was ihr, glaube ich, bekommen könnt. 15er Pack Nanoleafs. Daraus könnt ihr auf jeden Fall was richtig Cooles gestalten und das kann auch einer von euch gewinnen. Kommen wir zur letzten und fünften Gewinnmöglichkeit. Das ist ein kleines Bundle. Bestehen einmal aus der Basilisk V2 Gaming-Maus von Razer. Eine sehr, sehr stabile Maus mit dem Focus plus Sensor dem neuen und dazu passend, was darf nicht fehlen, eine Mauspad. Ein XXL-Mauspad, Gigantus V2, auch ein sehr nächstes Mauspad, aber ein bisschen zu groß für nur eine Maus, oder? Was meint ihr? Ja, sehe ich auch so. Dementsprechend gibt es hier auch noch die Razer Huntsman mit RGB-Beleuchtung. Könnt ihr so einstellen, wie ihr wollt, mit mechanischen Tasten auch noch dazu. Das gibt es als Bundle zu gewinnen, auch für einen von euch. Wie gesagt, ganz einfach, ihr müsst nur euren Instagram-Namen in die Kommentare schreiben und das war's. Ich werde mir jemanden rauspicken, das Ganze auf Instagram, in den Storys, jeden Samstag für euch zeigen. Das heißt, das Gewinnspiel geht jetzt bis nächste Woche Samstag und am Samstag löse ich das auf und am nächsten Tag gibt es dann wieder ein neues Gewinnspiel für euch. Das war's auch wieder mit dem Gewinnspiel, Freunde. Ich wünsche euch allen viel Glück. Bis zum nächsten Mal. Euer Radun. Ho, ho, ho. Peace.